Nationalfolge Oh, Kanada Ja, ist gut jetzt, wir wollen noch mit GLaDOS hören Man unterbricht keine Nationalwiener Ja, wenn man die am Tag zehnmal hört, vielleicht schon Nein Toll, jetzt hast du halt alles ge- Nein! Hat doch fast geklappt, mein Plan Mein geheimer Geheimplan Müsst du mit den Dials machen? Was macht denn der Knopf davon? Das sind drei Knöpfe Ich mach jetzt überall mal hier so das Glaschen Der Knopf macht Q-Q Der Knopf Ja, sicherlich Hä? Ich hab Spaß Das hast du nur gemacht Also, pass auf, ich muss dir das erklären Hui Ich muss jetzt da oben, muss ich rausfliegen Aus diesem Portal Wo musst du rausfliegen? Auf dem Portal Gut, das muss ich aber machen, weil sonst ist das Portal weg Nee, ist aber egal eigentlich Und dann musst du erstens diesen Knopf drücken, dass da oben die Plattform aufreht Okay Und diesen Knopf, dass dann der Cube da oben rausfällt und ich ihn fangen kann und zurücklaufen kann Ah, okay So jetzt der Plan Mhm Dann machen wir das mal Wir können ja zu nun auch noch mal Nee, so nicht Du bist nicht Du bist nicht du jetzt Hast du mir Bescheid, wenn du loslegst? Ich denke da war genug, bis wir Ich komm ich denn hier überhaupt rüber Durch den Matschboden? Kannst du da nicht durch? Aber das ist zu langsam, ne? Ja Aber mit Speed musst du irgendwo rein Ja, ich weiß Kannst du hier nicht rein Können wir nicht irgendwo Nee Kannst du da hoch springen vielleicht sogar? Ich splooche jetzt mal hier, ganz blöd Warte mal Das ist nicht hoch genug, ne? Nee, ich hab hier Hier kann ich ja quasi Ich könnte mir vorstellen, dass das so geht Nee, hier ist es ja quasi ein unendliches Loch Hier kann ich ja Speed aufbauen hier so Ja, das stimmt Und dann musst du hier oben rein, ne? Soll ich das vielleicht setzen, das Portal? Aber wie setzt du das dann da hin? Also du machst Ja, vor allem kann ich da nicht drauf drücken, das geht nicht Eben Ähm Ich kann aber ja die Portale machen Und dann musst du das eine weg machen So, dann kannst du jetzt hier unendlich Speed aufbauen Dann setzt du deins schon hier hin Ja, wenn du das vielleicht Richtung Boden machst, dann kann ich das vielleicht wirklich tun Die Richtung Boden, achso Ja, das hier ist ja quasi So Jetzt kann ich hier hier quasi Ups Ich hab dir nicht geschossen Hat funktioniert noch Sag Bescheid Was muss ich denn Bescheid sagen? Du musst erstmal hier oben ein Portal setzen Ich kann das nicht machen Du musst das vorher setzen Und dann musst du das hier Hier drauf schießen, wenn du so weit bist Ah ok, I see what you did there Ok, gut Ich sag dir Bescheid wenn ich Oh So Ähm Jetzt Das war ein bisschen zu spät Das war ein bisschen zu spät Ok, aber prinzipiell ist das ja genau Ok, dann sag ich jetzt und dann machst du das Musst die Portale wieder setzen Ach ne, ich muss das auch erst setzen Ja genau, du musst das hier setzen Und dann Passt das so Ja, das ist ok Bitch Ich glaube das sollte vom Timing Du hast das oben nicht gesetzt Ok Ok Jetzt gibt Timi der Jetzt weiß ich aber wie Usain Bolt trainiert Ok Drei Zwei Eins Oh Toll Der fällt ja vorbei Schnell Ich meine du kannst jetzt nur noch runter springen Das musst du sowieso weil Oh 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 So In case you're worried about the humans Don't be They aren't all monsters Most of them are simply good test subjects I believe the ratio of good test subjects to monsters is about A million to one Die gute GLaDOS Und hier ist Otto Walkes Liege der Seite Der Mitte Und Ortfried Fisch Du musst jetzt hier in jedem Ladebildschirm musst du das einfügen Weißt du was für ne Arbeit das ist Ja Ich weiß So sag ich das ja The human vault is just past that opening I entered the security code but the vault door remains locked I am going to need you to activate the manual locks on the vault door itself Ohhhh Ohhhh Sehr gut Da kann man springen Oh cool Spring Sploosh Ja und du Mach mal nochmal Sploosh Das bringt nichts ne Ja das bringt überhaupt nichts ey Schade Aber ich mach mal hier kannst du auch Splooshen Hier ist rotes Sploosh Das müsste irgendwo gehen Aber von wo Hier ist irgendwo ein Knopf dafür Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ne Kannst du vielleicht da oben irgendwie das rotes Sploosh machen Mal nochmal zurück um zu gucken Wie ist das Das ist der blaues Sploosh button ne Nein Das ist der blaue Sploosh button ne Ja eventuell bin ich gerade runter gefallen Stop failing You need to find the vault door Ja Das ist ähm Das ist ähm Muss doch hier irgendwo der Button sein dafür zum roten Wir brauchen dort ein Portal für das Sploosh So finde ich sie sicher Ja 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 Aber wir brauchen erstmal den Button dafür Ich Man soll das hier wahrscheinlich rausschießen Und dann kommt das hier an Und dann kannst du das nochmal irgendwo hinleiten Ja so ähnlich genau Aber wir brauchen erstmal den Button Den finde ich halt nicht Ja Hot Button Oder kommt da auch gleichzeitig Drück mal nochmal den Knopf Vielleicht kommt das gleichzeitig Ja So einfach war das ganze Das war so nicht richtig was ich hier gemacht habe Ne das muss da mehr hängen Ja genau Ja Soll gehen oder? Das ist voll easy So jetzt kommt nämlich hier ein Ago angerauscht Und da ist er Und da springt er und Und da landet er Nein ich kann lieber nicht drüber Da bist du so klein Nein Und hast dort Fähnchen Ich glaube das Fähnchen ist schuld Kann man hier durch? Ne glaube ich nicht Ja Ne Ja Ja Aber hier auch nicht Ich hab schon mal Portale gesetzt Achso Nein Och du Idiot Ich war doch schon fertig mit dem Rätsel Das stimmt doch gar nicht Doch Nein Doch Nein Nein Ach man Nimm mal dieser Zeit Ja das macht doch nochmal Du Ego Ego Egozentriker Na toll Ja ich bin hier drüben Aber wir brauchen das Portal da bestimmt Aber wir brauchen das Portal da bestimmt Das ist sicherlich richtig Das wir das Portal da brauchen Weil sonst wäre da nicht so eine Fläche Also irgendwo für brauchen wir das gleich Oh Okay Was ist denn das hier unten Setz mir mal das Portal dahin Ich hab jetzt da eins aufgemacht Hi Rock Wo? Wohin? Ja damit ich hier die Stecke machen kann Weil ich hab da unten eins gemacht Ich glaube das könnten wir mal drüben Hä was muss ich jetzt machen? Mich hier rüber lassen Okay Ich will meine Portale nicht umsetzen Wie hast du mich denn? Orange Ja jetzt machst du doch einfach hier nur eins Mach doch einfach hier nur eins Ja So jetzt probieren wir das Drei den Error Das ist aber nicht so einfach da durchzuspringen tatsächlich Nein jetzt So jetzt Ähm Treff vor Ist das gut? Wo ist er? Da ist er Jawohl Piste Ui Oh die wohlt Man müsste bestimmt hier links rechts und mitte lösen ne Damit der Tresor aufgeht Das sieht so aus Ja kann sein Gehen wir erstmal hier hin Ich wollte jetzt schon nicht das Portal gehen Ey da ist Blut Das sehe ich schon Hä? Toll jetzt hast du das Rohr verstopft Wie? Komm erstmal über alles blut Verstehe ich jetzt nicht Ja wir brauchen hier irgendwie In der Mitte brauchen wir bestimmt blau Ja weh ne blühe ja eh Oh Gott Wo bist du? Ich hab die orangene Power unterschützt Fresse Kannst du bestimmt da irgendwie So, hier bin ich, das kann ich für sie tun Das bringt nichts Ähm, wir müssten irgendwo rausspringen Da oben kann man irgendwie hin Ja, irgendwie muss man da hin, das stimmt Huiiii Also man könnte vielleicht auch von hier da reinspringen Aber das bringt auch nichts, ne? Das bringt überhaupt nichts, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube hier Aber wir müssten halt irgendwie springen können Vielleicht müssen wir von irgendwo anders erstmal hier irgendwas hinbringen Das war schon mal nicht so schlecht Aber auch nicht so gut Toll Sind wir halt viel weiter Kann man nicht hier nochmal ein bisschen mehr splutschen? Natürlich kann man Das kann ich bis zum Portal jetzt gehen Ah, Idee, Idee von mir Ich wüsste mir eigentlich hervorhaben Jetzt ist irgendwie mein Computer abgestürzt oder so Hallo? Was am Bildschirm? Kann nicht mal sein Hallo? Ich hör doch den Portal-G-Sound Oh, jetzt geht's wieder Was war das denn? Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, Nervo Mach mal bitte ähm Ich weiß nicht, ob die Aufnahme noch läuft Ja, bestimmt Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Mein anderer Bildschirm ist jetzt aus Ich hab das Speed auf Leute, ich muss mal eben checken, ob wir noch läuft 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 wir noch? Oh, der Bildschirm hat sich ausgesteckt Ähm Jetzt müsste ich eigentlich raus haben Aber dann beendet sich Portal wieder Wieso nicht? Kann man das irgendwie speichern? Ne, ne? Sind wir gerade in der neuen Kammer? Ja, ne? Ja Dann muss man auch nicht raus haben Oh ja, oh ja, oh ja Ich hab die Lösung, ne? Aufnahme läuft noch Okay, ich hab die Lösung, ne? Das ist gut Speed läuft auch noch Was muss ich machen? So, ich bin jetzt quasi hier oben, ne? Ich auch Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder splutschen Knapp Uh, dann müssen wir splutschen Ich hol's blutsch Okay, mach das blutschmelden So Gut, 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 Anakin, gut Und du? Äh, Star Wars Ja, dann müssen wir ja eigentlich hier irgendwie Jetzt kannst du doch hier das Portal hinmachen Und dann entweder da oder unten Ist egal So Hier bin ich Und jetzt? Jetzt müssen wir bestimmt auch wieder splutschen Was sollen wir hier denn machen? Hier müssen wir lang Hier ist ein Pfeil Ja, ja Da kommen wir durch Gut Ich nehm mal den Cube mit, ne? Ja, wär schlau, glaub ich So Oh Ähm Der Cube rutscht Vor allem der Cube ist durchsichtig Dann hoffen wir die einfach drüberspringen Hier ist aber leider Ende Ah Was ist das denn? Warum ist der hier einfach Ende? Ich geh mal wieder zurück Vorsichtshalber Eins, zwei, drei Vielleicht müssen die alle Wir müssen die alle drei bestimmt deaktivieren Das sind diese drei Tore Tor eins, Tor zwei oder Tor drei Geh mal weg jetzt Stell ihn mal da ab Ne, stell ihn da mal ab Der rutscht aber Ja Das ist schlecht Jetzt ist er weg Tschüss Cube Ja, gut Dann müssen wir ihn nochmal anholen So Weil dann geht hier bestimmt das Ding hoch Genau Das ist eins, das ist zwei Und drei Das kann sein, genau Hier ist übrigens blau Ich hol mal nochmal ein Cube Mhm Komm mit Du musst hier nochmal splutschen Schon wieder Ja Toll Super Hey, das war blöd Ne, ich hab ne Idee Und zwar, wenn ich die Dinger unterbreche Dann musst du da über die Plattform gehen Und mir quasi sagen Was für eins ich machen muss Kommt Was muss ich machen? Gut, jetzt gehen wir mal an den Cube So, jetzt pass auf Wir müssen jetzt erstmal wieder nach da drüben Ja schön, ich bin jetzt nicht mehr da Ja Ja, dann do it yourself So Weißt doch nicht genau was du machen willst Du musst jetzt hier bleiben, ne? Pass auf Hier, okay So, da steht doch eins, zwei oder drei Ich gehe davon aus Ja, ich soll rüber rennen Wenn ich quasi eine, den Einser ausmache Ja, ja Dann läufst du auf das nächste Das hier steht Ja, ich hab's verstanden Und so weiter und so fort So So, zwei Bist du da? Ja, zwei Und drei Das ist ein Knopf, den wir beide betätigen müssen gleichzeitig Da kannst du ja vielleicht irgendwie ein Portal rübersetzen, dass ich da rüberkomme Und jetzt, danke, jetzt bin ich tot Warum? Weil drei auch noch die ganze Zeit aktiviert bleiben muss Ja, das wusste ich nicht Dann machen wir das einfach nochmal, ist ja nichts dabei, der gleiche Song Aber das müssen wir gleichzeitig drücken, hier, diesen Override-Kram Ja, wie soll ich da rüberkommen? Ne, wir müssen den Cube doch irgendwie abstellen, aber Wenden wir aber nicht, weil der voll Splooch ist Wie bist du denn da oben hingekommen nochmal? Kannst du mir ein Portal setzen? Das ist einfacher, sonst muss ich das Rätsel nochmal lösen Ey, was ein großes Rätsel, ey Ich hab ein Portal gesetzt, ne? Alles klar So, wir müssen den Cube irgendwie Ich mach das nochmal Aber wir müssen ja eigentlich irgendwie beide hier hin Und der rutscht halt, ne? Ich geh nochmal gucken, ja genau Können wir den nicht sauber machen, irgendwie? Also ich kann dir das ja jetzt auch mal machen, wenn du willst Aber das hilft ja nix Ja eben, das bringt überhaupt nix, so prinzipiell jetzt Aber wir können dann auch nicht von... Der rutscht aber definitiv Ich hab das nochmal probiert Ja, das wissen wir ja Ich hab ihn wieder gefangen Gut, machen wir das nochmal Ich drück eins Okay, dann geh ich jetzt da rüber Gut, jetzt könnte der nächste kommen Sehr gut Und drei? Jetzt könnte drei kommen, jawohl Lass mal drei aktiv Ne, wir müssen das wirklich gleichzeitig drücken, sonst geht er nicht Ja Vielleicht können wir den... Gehen wir nochmal von der drei runter? Ich bin... äh... von der drei Wir können ja hier, wenn wir das genau richtig timen Runterrutschen lassen Schaffen wir das? Mit dem... wenn wir das... es blutschen vielleicht schon Wenn du jetzt die eins nochmal aufmachst, dann kann ich dir das zeigen Darf ich mal probieren? Ich kann das bestimmt... Aber dann müssen wir hier bestimmt erst... Äh... wir gehen dann zurück und versuchen zu laufen Wir müssen es bestimmt blutschen Es geht sogar Wir hätten vorher klären sollen, wer was macht Ja, nicht in Schlaff Doch Doch, 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 wir haben getroffen Ne, ich habe glaube ich nicht getroffen Doch Oh, okay So, jetzt müssen wir links lösen Genau Haben wir gemacht? Das Blaue zu schaffen Gut Jetzt ist ja quasi einfach Dann macht ihm der Knopf Duuutsch Ja Duutsch Ja, und dann? Und springen Ah, ich glaube ich weiß nicht Aber jetzt hast du das schon wieder weg Ey, mach der mir das weg So, jetzt können wir noch das machen Warte Nein Viele, viele Turrets Hier oben und da unten Achso, die Turrets müssen wir noch irgendwie machen Aber das ist ja egal Das kann ich ja jetzt machen Du fliegst da gleich durch Ne, kannst ja gar nicht Weil dann ist ja weg Das kann ich nicht Aber ich muss mal eben einmal kurz gucken Hier sind ganz viele Turrets Wie können wir die weg machen? Wollte ich nicht Wie können wir denn überhaupt hier irgendwie Portal machen? Dann können wir ja nicht, ne? Ne Wir haben ja auch nichts zum Portal machen Doch, die Portalgun So, mach mal hier Aber dann bist du tot wahrscheinlich, ne? Du kannst aber auch Der andere muss Ne, wir müssen das erst machen wahrscheinlich Dass wir hin und her springen Probier mal hin und her Aber das schaffst du nicht Vom Speed her, oder? Ist ja viel zu weit Okay, du schaffst es wohl Nein Jetzt bist du tot Nein, schaff ich nicht Weil die Turrets schießt Und da oben bist du auch tot, ne? Der Turrets schießt Ja, da oben wärst du auch tot, ne? Der Turrets schießt Das hab ich leider noch nicht ausprobiert Das hab ich leider noch nicht ausprobiert Das hab ich leider noch nicht ausprobiert Ja, dann mach das doch mal Wie lange brauchst du denn? Ja, ich kann da doch nicht Sprühen Immer braucht der so lang Wie soll ich denn da hochkommen? Achso Springen Wie soll ich denn da hochkommen? Nein, du musst einfach hier springen Hier ist doch ein blaues Ding Oh, wusste ich Ja, toll Also, da komm ich irgendwie nicht Doch jetzt, jawohl Ich dachte, du kommst da nicht hoch Weil das Ding auch aus ist So Oder bist du auch wahrscheinlich Ja? Ja Da kommt der Turrets Wir müssen den Turrets abräumen Irgendwie Ja, müssen wir Wenn du weit genug fliegst Kannst du glaube ich da oben eins Kannst du sogar so Aber das bringt uns Doch, das bringt dir was Versuch mal da oben rein zu kommen Irgendwie Weiß ich noch nicht wie, aber Dann kippst du nämlich da oben raus Das wär gut Vielleicht mit dem Strahl Aber das hilft ja auch nicht so richtig Ne? Ich kann glaube ich an den anderen Kann ich nichts setzen Aber da oben komm ich irgendwie dran Ja, ich mach halt hier jetzt die ganze Zeit Sprung Aber Ja, versuch mal das damit irgendwie Und dann Aber da kommst du auch nicht mehr hoch Doch, du kannst dann Doch, dann machst du das wieder aus Und dann fällst du da drauf Und dann hast du eine höhere Sprunghöhe Das musst du gehen Okay Ja, erstmal gehen So Unten musst du's machen Klar So, jetzt ausmachen schnell Zu spät Das ist schnell Muss sehr schnell sein Vor allem musst du beim Ausmachen wahrscheinlich mein rotes Portal wieder weg machen, ne? Hä? Das ist falsch Das ist falsch Das ist falsch Das solltest du auch nicht so machen geh mal hier hin Dann mach ich das Ähm, ich bin gespannt So wie ist das? War knapp Ähm, mach mal erstmal noch nix Mach mal noch nix Ich muss erst einmal testen So, dann muss ich da rein. Warte, wenn ich da drinnen bin, dann schieße ich Das wäre doch sogar gut Ich bin gespannt Du musst gleich, wenn ich hier von da oben runter falle, beim zweiten Mal, musst du da oben ein rotes Setzen. Du musst das andere übrigens schon da hinsetzen Ich kann aber da überhaupt keinen Sinn machen Doch, kannst du. Habe ich gerade auch gemacht. Doch, habe ich auch gemacht Ich kann nicht durch das blaue Ding ins Schießen Da oben ist ein rotes Portal Nein, das geht nicht Ja, dann zeig doch richtig hin, du hast ja nach da gepinkt Was muss ich jetzt nochmal machen? Noch nichts, aber da oben nachher hin Und wo das andere? Das war falsch worden Da oben Da kann ich nicht Dreh dich doch mal um Oh, da kann ich Okay, da kann ich ja jetzt schon mal sitzen Ja, das kannst du auf jeden Fall So, weil ich muss so rot Wenn ich rot dahin mache, ist gut, ne? Ja Und dann musst du gleich, wenn ich da runter falle In diesem Strahl Musst du da oben hinschießen Okay Ich habe Jetzt Ja, ich habe leider ein blaues Fenster getroffen Ich müsste das nochmal machen Habe ich nicht rein Nödes Ding Hallo Achso Ne, hä? Aber das blaue da oben musst du sowieso gleich nochmal hinsetzen Aber das geht nicht anders Hallo Was ist das denn jetzt hier? Ich sehe aus meiner Sicht Perspektive, wenn wir hier unten Wie so ein Trampolin Kinder vom Nachbar über eine Hecke springen Ja, das ist So, ich mache das mal weg Das ist mir nervig hier Gut Jetzt? Ja, schon wieder Zeit gewesen Ja, ich war am Lachen Nummer 1 Der macht mich wahnsinnig Wenn du dich hier so anstellst In den Strahl Jetzt darf ich das wieder ewig probieren Weil er es nicht auf die Reihe bekommt Da einfach mal nach oben zu schießen Er geht doch in den Strahl jetzt Ja, es geht nicht Ich würde gerne Ich bin voll fokussiert Ich drück halt nichts anderes Muss eigentlich einmal in die Mitte kommen Äh Hallo So Hä? Warum geht das nicht? Ich mache nichts So, warte Machen wir mal so Toll Toll Okay, das hilft nichts Wow Aber das muss eigentlich so gehen Aber wir haben uns jetzt wenigstens angeguckt Wie das aussieht Da oben hat sich das Ding übrigens gerade umgedreht Warum hat sich das Ding gerade umgedreht? Ja, weil du auf so einen Knopf hier stehst Bringt uns das was? Coole Frage Vielleicht wenn wir hier noch irgendwie das da drüber leiten Ja, lass das mal an Mach da mal an Da und da Nee 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 Geh mal hinter den Vorhagen Ich geh mal hinter den Vorhagen So, mach da dran und da dran So, hab ich gemacht Und an das neu umgedrehte Hä? Ich kenn nur zwei Portale schießen Ja, das brauchst du nicht Das obere Jetzt versuch ich Aber das wird wahrscheinlich nicht Mit den Strahl zu kommen Nein, das versuch ich doch überhaupt nicht Warte Warte Nee, jetzt kommt ja von hier nichts raus Ist ja blöd Kann nur Strahl oder Dings machen, ne? Guck mal, jetzt ist da schon mal blau Das ist doch schön Ich hab ne Idee Äh Was sieht jetzt? Machen wir die Anlage kaputt Ja Geh mal du da raus Und jetzt mach mal da oben in dein Portal Portal Und da Halt, wenn ich das umdrehe darf Ja, jetzt fällt das leider auf den Boden Das hab ich auch schon gemacht Achso Genau das hab ich auch schon probiert Man kann echt hier nicht einfach drüber springen irgendwie Wie? Ich hab's Blut Wo hast du's Blut? Hier, da oben, jetzt da Oh, stimmt Und du? Hier kann man auch nochmal was umdrehen Aber wie? Hab ich irgendwo getroffen? Geh mal nochmal auf den Button Ne, du hast nichts ge... Äh, vielleicht hier oben was Aber, aber nicht so wirklich Mach mal bitte nochmal Blöd wieder Die Turrets sind wild geworden Ja, wir müssen die Turrets glauben Ja, mach mal nochmal Ja, ja, mach mal Vielleicht muss ich auch nochmal den Roten ein bisschen weiter so setzen Ja, das hat schon mal nicht so geklappt Ich glaube ich schon weg Ein bisschen hast du noch Aber ganz wenig Aber ganz wenig Und lass mal los schon mal Die ersten sind ja schon da Wie lass ich denn los? Achso War zu spät glaube ich einfach Ja, würde ich sagen Same procedure is everywhere Ah Da hab ich gut gefahren Ja, das war viel Ja, das Mach schon mal aus Ja Alter, alter, alter Das dürften schon alle gewesen sein tatsächlich Jetzt spring ich da mal rüber, oder? Ja, mach ich auch Hey, nicht zu viel Nun? Jo? Achso Nein! Ach! Was war das denn? Das war dumm Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Ich bin aus Versehen in mein eigenes Portal gefallen Das wollte ich überhaupt nicht Und wo müssen wir hier denn dann hin? Ach, wir müssen irgendwie nach da drüben Wir müssen also jetzt nach da oben Warte, ich muss erstmal zu dir kommen Mach mal den Strahl Ähm Ja, eine Aussage wie hier und hier, ne? Pass auf, dreh mal das Ding um und mach mal den Strahlen Genau Genau So Und jetzt? Können wir uns beide nicht bewegen, weil sonst die Schalter ausgehen Nice! Jo? Gut Hier geht das Ding aus, genau Vielleicht können wir nochmal splutschen Das hilft auch nix Ich darf gar nicht splutschen Doch, jetzt darf ich splutschen Aber müssten wir das auch wieder so schießen Da komm ich sowieso nicht hoch Ich will aber auch dahin, wo du bist Darf ich da nicht hin? Äh, doch, da komm ich hoch Ähm, doch, komm mal hier hin Ich hab eine ganz verrückte Idee Uh, eine ganz verrückte Idee Ja, das wird nie funktionieren, aber können wir den mal probieren So, komm bitte hier hoch zu mir Wir müssten auch schon langsam mal Den Cut setzen Ja, ne, das wird jetzt gemacht So, jetzt stell dich bitte auf diesen Bank Wir sind schon bei 30 Minuten Das ist ja auch nicht last level Stell dich bitte auf diesen Bank Ja, aber das schaffen wir, das Finale schaffen wir heute nicht mehr Gut Nein Nein Fast, vielleicht Vielleicht Ich komm nochmal da rüber, ne Ja, lass dir Zeit Ich trau ein bisschen hier 30 Minuten sind schon drüber schritten, aber egal Ja, hör doch auf jetzt So, hier bin ich Ich muss kein Problem tun Hm Prinzipiell ist das schon sehr wichtig, ne Könnte klappen Vielleicht musst du auch nochmal einmal umleiten Dass du von da da dran Aber das bringt dir glaube ich nix Ne, das funktioniert nicht Ne Hm Aber vielleicht musst du doch nochmal von da runter fallen Quasi Von da da rein fallen Das ist doch nochmal höher, oder? Das ist möglich Einmal umleiten Das ist ne sehr gute Idee Ich komm wieder da rüber Aber musst du im Flug das treffen Oder muss ich das Ne, das kann ich nicht von da Das hat schon mal überhaupt gar nicht geklappt Also so nicht Boah, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder gehen Ja, kenn ich das Problem Komm, wir haben das gleich geschafft hier Oh! Geil! Das war ein bisschen tief Einige Stunden später Oh man ey, wir kriegen das heute noch hin Hm, ich glaube auch Sei nicht mehr so pessimistisch, Schwester Ach man Da fliegt er wieder im Bild vorbei So, ja bin ich wieder So, jetzt prinzipiell easy Ja, prinzipiell ganz easy Aber ganz schön weit Das sieht man viel gar nicht, dass das so weit ist Okay Vielleicht bin ich den Weg Ja, easy Du musst halt im Flug gleich noch das treffen Das weiß ich nicht, wie du das schaffen willst Oh Gott Ähm, ich bin tot Was ist nur was jetzt? Bin ich im Flug oder was? Man, ich muss doch auch irgendwie mal Aber dieser Pfeil ist ja eigentlich auch von da So schräg Dass du von da vielleicht reinfliegst Ja, das ist viel besser Aber das geht nicht, weil Das ist viel besser Die Knopf da drücken müssen, ne? Aber wir können doch auch schon mal hier das Ding holen Das hilft vielleicht Ich will jetzt erstmal hier hängen Ich will jetzt erstmal hier hängen Das hilft bestimmt Oder? Das brauchen wir bestimmt von hier Und jetzt kannst du das vielleicht sogar noch umleiten Mhhh 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 So könnten wir das vor allem machen Das können wir nicht lösen Ich weiß gar nicht, wie funktioniert Doch, du bist da schon einmal hingeflogen Hab ich gut gemacht Ja Ich glaube du bist vorhin da einmal Da wärst du einmal reingeflogen Ich fass Ich fass Ich will schon wieder sterben Das ist voll Bullshit Also ich meine, ich kann das auch hier hin machen Aber das hilft nichts, oder? Ich kann das leider gerade nicht beurteilen, weil ich nicht da bin Doch, das hilft Das machen wir so Du musst Aber wie kann Ähm So, jetzt machen wir das Das ist eigentlich voll easy Du musst, glaube ich, hier irgendwie rauskommen Wo muss ich rauskommen? Ähm Kannst du nicht Wenn du hier rumfliegst Ich kann den Streich ja sowohl einmal Also besser wäre es, wenn du hier drin wärst Und dich dann das da draufsetzen würde, sobald es geht Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme Lieg mal einmal durch das Portal, so wie du es bisher immer gemacht hast Dann sterbe ich Dann werde ich wieder sterben Aber egal Alles für die Wissenschaft Versuch das jetzt schnell Ja Siehste Du bist voll einfach So Easy Und nu? Hab ich das halt hingekriegt, ne? Knopf Knopf Den blauen Button, wir sind fertig Da kommt der blauer Splooch Gut, ich würde sagen, das große Finale Oh Gott! Gehen wir beim nächsten Mal Nein, hör auf Macht gar nichts Nein, ich Wie komme ich denn jetzt eigentlich zurück? Ja, so gut Du musst ja Ihr stirbt doch einfach Das ist schneller Nee, ich spring jetzt hier zurück Boah, dauert das ewig mit diesem Springe Okay, ich sterbe doch lieber Ähm, das war's Ich hab euch gefallen Ich hab euch gefallen Und ich hoffe, ihr nächstes Mal wieder vorbei Pssst Jo, es geht ja auf die nächste Folge Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Macht's gut Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss